hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde world of warships mit chris sanel und mir jc viel spaß beim schauen ich will mal eine neue map wer ist der dicke das anel wo gehst du hin oben oben alles gleich kommen diese signale die man bekommen dieser flacken ja ich die ganze zeit wenn man achievement macht oder nur alle 24 stunden ich glaube jedes mal ich glaube der donation habe ich jedes mal gekriegt habe ich voll viele und die phoenix kann wenigstens schön weit schießen um was kann der kuma der kuma kann glaube ich elf oder zwölf kilometer wie kann lang kann der phoenix hat selber gefahren von der kanal nur 13 14 14 ja 13,7 das ist ja fast 14 und du hast komplett abgegradet kann es sein ja du hast mehr kanonen drauf als meine das ist schon zehn kanonen ich fällte gleich an die band Ah, Torpedoes incoming. Auf dich Chasen. Ja, ich gebe schon Gas. Oh, stehen bleiben ist halt die Hölle. Ich hätte da zurückfahren sollen. Ich werde nicht betroffen. Oh, der andere. Einer trifft mich. Der muss sich da jetzt durchquetschen durch mich. Hauptsache der kann da vorne schießen. Ja, wie lange bin ich hier noch? Kann ich mich noch nicht bewegen? Tolle Wichser. Hm. 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 ja schon voll auf den sack da vorne irgendwie schlimm geil wenn sie anfangen ihre kreise zu drehen vielleicht treffe ich jetzt eine komplette salve direkt mit aus ihrem arsch gelandet Jetzt kommen sie auch noch von rechts Was ist denn ein Torpedos? Ich bremse schon runter Na die hören auf Ah da einer ist tot, jetzt können wir uns auf die Miete konzentrieren Und die Omaha volle Breitseite Ok da wollte ich gerade drauf schießen, ah da ist ein kleiner Zerstörer Schgeräusche Ah, das ist der Scherreis tot? Ja. Hallo! Vom Schießen her ist die Phoenix Ball immer so schlecht. Ah, wo ist denn der jetzt hin oder der Stein? Ach scheiße. Na, Komfort. Nehmen wir halt mal den hier. Kommt immer nur so ein bisschen vor, gell? Spielts ein bisschen World of Tanks verstecken hinter der Wand. Ja, wahrscheinlich. Feuer! Salve incoming! Huuh, Critical Hit, komm! Baby! 15.000 damage, Alter! Jetzt gebe ich ihm den Rest. Ja, feiert uns drauf, ey. Jawohl, jetzt der nächste. Wyoming! Einzielen! Fire! Salve fliegt! Oh, ich komme in die! Ah, geht nicht. Ich bin zu dick gepanzert, die Sau. 10 Sekunden. Die nächste. Breitseite. Und... In your face! Und komm! Ah, 6.000. Läuft. Du konzentriert dich auf die Funtaka oder so. Kleine? Jaja, weil du kannst mit dem Cruiser dann mehr damage machen, wenn du mit AP auf den schießt. Weil auf den Dings, auf die Wyoming würde ich nur HE schießen mit dem Cruiser. Ja, hab ich auch. Ja, genau. Volle Breitseite! Guck mal, der schießt ja gar nicht irgendwie. Die andere ist noch nicht da. Oh, der ist fast down. I'm burning. Lass mal ein bisschen brennen. Ja, gleich kommen die Torpedo-Bombo. Hm, die gehen auf den anderen da hinten. Ah, der schwenkt um die Sau. Tolle Breitseite! Ah, das war zu weit links. Ah, scheiße. Ich will gar nicht in den Nahkampf gehen bei dem. Wegen Torpedos, ne? Mhm. Ah, wo längst schon jetzt hin? Längst schon nirgends hin? Er schießt jetzt Torpedos, ich dreh ab. Wenn er schon die Seite zeigt. Gut. Und da haben wir nichts dran. Ja, da kommt das nächste schon. Ich muss einmal Seite wechseln, weil ich bin fast am Ende der Karte. Da hab ich doch der Torpedos abgeschossen. Aber die sind vor mir noch untergegangen. Ich muss noch ein bisschen Geschwindigkeit raus. Wir spielen ein auf die Kongo. Sechs Strich ungefähr. Feuer! Oh, das war zu viel. War eindeutig zu viel. Aber trotzdem noch für reich. Der Strich. Eins. 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 Gib ihm. Gib ihm, baby. Nein. Bomber kommen wieder. In deine Richtung. Ja. Ne, in deine Richtung. Ja, ich dreh ab und gib voll Schub. Ah fuck ey, der. Ja. Keine Ahnung. Ich bin gleich down. Nein, ich fand es die South Carolina. Ne, die drehen doch ab. Wecksecker. Bis durch. Ja, ja, jetzt bin ich down. Hat er nochmal um die Ecke geschissen. Aber der steht. Der steht. Ah, ich hab ihn down. Geil, drei Kills. Kann man sich sehen lassen. Kann man sich sehen lassen. Ich hab 154 Treffer. LOL. Wenn das mal ne fette Erfahrung gibt, ey. Hoffen wir gerade noch, dass wir gewinnen, ne? Sonnenausweichen. Ich hab Bomber am Arsch, man. Steck drauf. Ja. Sind es noch. Nur noch die zwei, oder? Nur noch der, der Dings. Ja, der und der Flugzeugträger. Meine ich doch. Ein, zielen, ein, zielen. Das ist so süß. Ab und zu mal rein schießen, ne? Flack. Vor der Breitseite. Jetzt würde ich drehen. Bremsen, bremsen, bremsen. Boah. Einer trifft. Jetzt muss ich reparieren. Der kriegt mich nicht down, Mann. Der kriegt mich nicht down. Na, Kampf. Na, Kampf. Der Flugzeugträger kommt mit Torpedos. Ah, der hat aber kein Jäger. Jetzt drück ich dir eine rein, Baby. Ich drück dir jetzt eine rein. Ach, dann pass auf. Zack. Und jetzt volle Lotte. Boah. Der hat gesehen, ey. Jetzt noch 25 Sekunden, mein Freund. Äh, doch nicht. Lol, was war denn das mit den Torpedos, ey? Jawohl. Ach so, er hat halt Automatik-Torpedos gemacht. Auf geht's. Secondary. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Mein Kalt. Secondary. Mein Kalt. Feuer, Feuer, Feuer. Jawohl. Jawohl. Jetzt müssen wir halt schnell einen nehmen oder den Punkt, äh, oder den Flugzeugträger, Kerl. Ja, der Bomber. Oh nein. Ausweichen, ausweichen. Ja, ich würd sagen, ihr fahrt mal in den Kreis, ne? Wir haben nur noch 3 Minuten 50. Oh nein, ich kann nicht löschen. Dauert noch 52 Sekunden. Bis dahin hat sie es von alleine gelöscht oder ich bin untergegangen. Das Modul benutzen kann ich erst wieder in 40 Sekunden und ich tue noch 30 Sekunden brennen. Ja. Hm. Scheiße. Entweder bist du dauernd oder nicht dauernd, das ist jetzt die Frage. Eieieieiei. Ich glaub, das überlebst du. Es tickt sehr langsam runter. Ähm, oh nein. Was? Was? Oh. Den hat's grad so verfehlt. Da drüben, die Torpedos. Alter hat der einen Lack gehabt. Ja, stimmt. Es ist mir vorbei. 5 Sekunden. Bis gelöscht. Aber dann kann ich keinen Torpedohit mehr aushalten. Ja. Jetzt ist die Frage. Ich vermute, das wird unentschieden. Weil der hat noch so viele Bomber. Entweder das oder er zerstört uns. Und zwar hat nur noch anscheinend einen Bomber. Ah, der geht jetzt auf die Suche. Okay. Vielleicht hat er ja Glück. Oh, jetzt muss er wieder ausweichen. Ja, aber ich glaub, der hat auch noch Fighter, glaub ich, der Gegner. Ja. Ich glaub, drei Fighter oder so hat er noch. Und weiß er wieder aus. Der weicht wieder aus. Jawohl. Ja, das soll auf den gehen, auf jeden Fall. Oh, ich hab ihn. Oh. Rumdrehen, Kanonen, rumdrehen, Kanonen. Da werde ich HE laden. Jawohl, Mann. Jawohl. Ja, aber der kommt mit dem Bomber angeflogen. Ich glaub, das überlebe ich nicht. Den Schlag. Die Bomber, die hat er grad abgeschossen. Nein, diese Bomber hier oben drüber. Ach, der Bomber. Ja, genau. Deswegen schieß ich einfach mal schon eine kleine Salve. Die auch noch ins Wasser geht. Ich glaub's nicht. Ne, der trifft. Trifft. Oh Gott! Reparier, reparier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Jetzt mach ihn Plat, Mann! Bevor die Torpedos kommen. Acht Sekunden. Bevor Zeit um... Ja. Nein, ich seh ihn nicht mehr! Nein, ich seh ihn nicht mehr! Nein, die Flugzeuge sind am Arsch! Nein! Sehr blöd! Scheiße! Das wird deswegen unentschieden. Das kann ich vergessen. Boah! Das interessiert ihn gar nicht mehr, glaub ich. Doch, doch. Der dreht nur, dass er mich von der Seite kriegt. Ah ja, doch jetzt. Der versucht mich grad die ganze Zeit anzuvisieren, aber kriegt's nicht hin. Ah, jetzt hat er's. Jetzt kannst du scheißen. Jetzt ist vorbei. Ja. Das war's. Jetzt ist unentschieden. Verdammt! Ne, muss nicht sein, der kann ja noch. Obwohl, ne, den anderen Flugzeugträger kriegt er nicht in der Zeit kaputt. Der muss erstmal da um die Kurve fahren und so. Ne, ne, ich mein, dass der gegnerische Flugzeugträger die zwei noch tot kriegt, aber... Achso, ne, ne, das kann ich vergessen. Da reicht selbst der Anflug nicht. Hätte er vorher einfach erkundigt, wo der Flugzeugträger ist, dann wär ich gleich in die Richtung gesteuert. Ja. Boah, das ist so nahe war, ey. Vor allen Dingen, wie lange hat ihn der gebraucht? Bis er da drüben war. Ja. Ja. Hunderter den, aber der hat ja auch nur so viel, weil er gewonnen hat. Boah, der Christ ist der schlechteste im Team gewesen. Heieieiei. Ich bin ja immer im Storbe. Wird gar nichts gemacht, der wird wieder gezogen. Ja, ohne Witz. Besser als der 47 Punkte vom Gegner-Team. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.